Alter, saugutes Spiel, danke. Vor allem waren ja für Leute da, ich kann das Deck nicht, jetzt kann ich es auf einmal, also ich weiß nicht. Kann ich das Deck oder kann ich es nicht? Ist die Frage. Ja, ich weiß, dass ich einen Hardcounter-Destroyer, also ich finde, wenn man Schweinereiter spielt und der Gegner spielt einen Tornado, ist das so schwer zu gewinnen. Das ist richtig krass. Ja, du warst gerade auf, ich weiß. Ja, für Bitrain. Zu spät. Geht trotzdem da hier draus. Machen wir wahrscheinlich dieses Heel-Deck, oder? Rip, Alter, ich passe nicht auf. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. mal das zelt victory ich habe vorher die ganze zeit geredet jetzt haben wir alle auch alle zuschauer weg ist voll komisch keine ahnung unity mit ihr halt ich hoffe dass wir das irgendwann mal wechseln können die internetanbieter weil die mir extrem auf den sack gehen das ist ganz gut verteidigt würde ich behaupten das ist halt was der dominik sagt ja das ist auf jeden fall glaube ich ein win musik ist zu laut wenn ihr das auch da kann ich so leiser machen aufgegeben so wie es aussieht wie kann ich das mit dem aufnehmen machen was weiß mit dem aufnehmen ich weiß nicht ob der poison zu gut war oder so schlau wenn wir gleich mal sehen hätte vielleicht eine bolle auf der hand wird was für ein deck spielt er spielt das bigspin deck oder ich bin mir ziemlich sicher dass er von bigspin spielt bin mir ziemlich sicher lol was für schlechte skelette also was für ultimative schlechte skelette waren das denn ist wie jetzt die Ne, die Skelette hat er nicht drauf irgendwie. Keine Ahnung was er da macht. Die Skelette kriegt er irgendwie nicht hin. Und der Ritter war auch so schlecht. Was macht er denn? Hallo? Ich bin jetzt ein falscher Setzer. Ne, eigentlich sollte die Musik passen. Ich teste das eigentlich immer. Ritter, gleich mal hier den Ofen kaputt machen. Bitte. Zack. Hier geht es einfach mal in Preußen rein. Ne, die Skelette stimmen einfach nicht. Guck mal einen zweiten Bowler. Guck mal zwei Bowler einfach am Start. Das ist gewonnen. Da war auch die Skelette gefällt die ganze Zeit. Lohnt sich das mit 4.300 Pokis? Natürlich lohnt sich das. Wieso sind auf deinem YouTube-Kanal Videos von vor sieben Jahren nur zwei Videos? Ja, du brauchst OBS. Erst aber dann Elgato und dann halt ein Ding. Ja, ist ganz ernst. Wo ist deine Freundin daheim? Kommt die nach heute? Ähm, ne. Okay. Ich glaube, er spielt das 2-6er Deck, oder? Der macht die Pfeile, äh, die Pfeile wollte ich schon sagen. Die Skelette besser. Ja, viel besser macht er das. Starkes Musketier. Ja, und wir kriegen nur ganz wenig Damage raus leider. Ey, geht trotzdem Hit raus, Alter. WTF. 60 Bits von Hunter, vielen Dank. Spiel mal Hawk Lock Bait? Ne, das ist nichts für mich. Absolut nicht. Einer geht schon. Ey, guck mal. Das kann ja nicht wahr sein. Der ist vom Turm weggezogen, aber er kriegt trotzdem 2 Hits raus. Er ist vom Turm weg, aber 2 Hits sind trotzdem drin, komischerweise bei ihm. Gut gewastet von ihm. Schöner Bowler. Schöner Graypferd nochmal im Gegend zu. Poison drauf. Zack. Oh, wurde ich da ein bisschen zu greedy? Ah, ich glaube aber nicht. Ja, das war's. Da lacht er nur. Der Waltz. Neues Abzeichen. Oh, vielen Dank. Oder Hunter. Richtig Glückwunsch. Probier mal das 3 Musketier Deck mit Heal. Wollt ihr das sehen, dann können wir das gerne versuchen. Äh, ich predikt... Deswegen. Das war der, wo er so bei mir mal rein donated hat. Krank, Mann. Ja, das ist brutal. Aber wenn's so Leute gibt, finde ich das gut. Wenn die das Geld haben. Das Ding ist ja wieder, wenn die das Geld haben und dann unterstützen können, finde ich das vollkommen okay. Okay. Hm. Prinzessin. Kann... Ist wahrscheinlich hier Set Bait. Also jetzt siehst du mal gleich, was Set Bait ist. Ja. Oh, vielen lieben Dank. Oh, das schmeckt doch. Nein! Du greifst nicht den Ritter an! Oder what? Ja, das ist so das typische, äh, Zap Bait. Richtig schwer dagegen zu spielen. Richtig, richtig schwer. Wenn's die Leute gut können, so wie er, ist es extrem, extrem schwer und eklig dagegen zu spielen. Ihr seht jetzt hier auch wieder die komplette Stärke vom Inferneturm. Nimmt zwei ganze Tanks auseinander. Juckt ihn einfach nicht. Egal, wir gehen jetzt hier auf den, äh, linken Tower natürlich. Und ich brauche den Poison. Den kriege ich aber glaube ich nicht rein, oder? Doch, kriege ich. Oh, und das ist Fail. Oh, das geht schon wieder. Du müsstest die Prinzessin töten, bitte, Babydrache. Machst du aber nicht, oder? Du dumm bist. Ne, du bist cool. Du bist nice, man, Babydrache. Das ist richtig guter Schaden. Also das ist besser gelaufen, als ich überhaupt wollte. Äh, wir spielen noch bestimmt eine Rakete. Deswegen muss ich aufpassen mit meinem Ritter, wie ich den platziere. Ja, das läuft die Verteidigung, würde ich sagen. Ja, jetzt kommt die Rakete noch hinterher, jetzt habe ich auch noch eine Chance, jetzt ist die Chance da, Päusen, komm schon, komm schon, das muss reichen. Ja, das ist das Z-Bait-Deck, das ist das, was nur Noobs, na gut, was nur Noobs spielen, aber was hat abfuckt? Ding, auf jeden Fall. Hm, also sowas finde ich immer richtig schlimm. Oh, er spielt mir schon auch wieder das Big Spin Deck, ich verkack einfach meine, ne doch nicht. Oh, er spielt wieder das Big Spin Deck, ich folge den Päusen. Ja, ah, was heißt das Spiel, was macht mein Bowler? Habt ihr das grad gesehen? Er rollt einfach nicht. Ich rolle mit meinem Besten. Welches Deck ist das? Schlechter Elektrobesatz von ihm. Nein, unnötiger Friedhof ever. Oh, das war jetzt aber schlecht von ihm, da noch den Bowler reinzusetzen, da kann ich auch noch den Päusen nachziehen. Aber ich denke, er spielt auch einen Friedhof wahrscheinlich. Ne, doch nicht. Leute, er spielt einen Schweinereiter. Mal keinen Scheiß hier, Elektrobesatz, zack. Oh mein Gott, was ein starker Elektrobesatz. Er hat auch wieder einen bereit. Okay, er spielt einen Schweinereiter Deck, richtig verschickt. Na, wir führen schon mal. Was hat, ich weiß es nicht, ich war Ding, die wollen Kontakt aufnehmen, echt? Machst du Kontakt mit ihm aufgenommen? Okay, krass. Ja, wie gesagt, ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Ich finde das auch eine ganz böse, also das ist böse Geschichte, eine ganz krasse Geschichte, sowas. Vor allem, wenn es dann jemand sagt, er braucht das Geld nicht. Ist halt schon geil. Was heißt, geil? Es ist krass, wollte ich damit sagen. Ich weiß jetzt nicht, was er hier versucht, aber er versucht einen Schwachsinn, ganz ehrlich. Oder mache ich jetzt hier gerade einen Schwachsinn? Wir wissen es noch nicht. Wir werden es gleich erfahren. Oh mein Gott, das ist der beste Bowler EU gewesen. Schönen Graveyard. Und den Poison nochmal rein. Ja, sehr schöner Poison. Sind das die zwölf Siege? Scheint mir so, als ob das die zwölf Siege sind, fast. Krass, 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 krass. Das Deck ist echt brutal. Erstmal teilen. Schmeckt. Alter, saugutes Spiel, danke. Vor allem war ja die Leute da, ich kann das Deck nicht. Jetzt kann ich es auf einmal, also ich weiß nicht. Kann ich das Deck oder kann ich es nicht? Ist die Frage. Ja, ich weiß, dass ich einen Hardcounter-Destroyer. Also, ich finde, wenn man Schweinereider spielt und der Gegner spielt einen Tornado, ist das so schwer zu gewinnen. Ist ja richtig krass. Komm. Wir wollen einen Legendary, bitte, 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 bitte. 22.000 Gold schmeckt schon mal. Zweite Valkyrie ist okay. Dartgoblin brauche ich nicht. Eisgeist, okay. Habe ich jetzt wieder auf Maxed. Einmal der Bowler. 16x der Mega Minion, das ist auch okay. 16x Eisgolem. 19x die drei Musketieren. Fast auf Level 10. 2x die Guards. 3x der Poison. 2x 43x die Kobolde. 49x der Wizard. Ich glaube, jetzt kommt noch eine Comment Card, oder? Oh. Nein. Supercell. Nein. Deinen Mortar. Oh. Komm. Gut, sei egal, welche Comment Card ich bekomme. Ich habe die eh alle Maxed. Aber so ein Scheiß. Aber so ein Scheiß. ...